Hei hei hei, Leute aus der Zukunft und herzlich willkommen! Heute geht es um Filmen. Wie man sich fühlt, nachdem man einen Film geschaut hat. Los geht's. Nach einem Tanzfilm. Ihr fühlt euch 5 kg leichter und habt das Gefühl, ihr könnt genau das machen, was sie im Film auch machen. Nicht. Nach einem Horror Film. Basically Horror. Ich habe noch keine Ahnung, die mir nicht interessiert. Ich habe noch keine Ahnung, die mir nicht interessiert. Ich selber hasse Horrorfilme, aber ich bin gleich voll stolz auf den Clip. Aber wenn du auch nicht zoomst und zurückzoomst, merkst du, dass einfach ich in der Badewanne bin und einen Fleck habe auf meiner Bluse am perfektesten Ort, wo es gibt. Dank meiner wunderbaren kleinen Schwester. Du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben. Nachdem wir den Tennis geschaut haben. Es ist zwar kein Film, aber das ist egal. Ich habe dann das erste Mal versucht, den Tennis zu spielen. Es ist wunderbar rausgekommen. Nach einem Romantikfilm. Es ist einfach alles schön und die Welt ist in Ordnung. Für den Augenblick. Nach einem Detektivfilm. Ihr seht einfach etwas in einem anderen Winkel. Nämlich über 10 Winkel. Es hat einen Ursprung. Es ist einfach... Alles hat einen tieferen Grund. Und alles ist so, wie es ist. Ich mach dich... Es ist einfach... Nach einem Kochfilm. Also nicht wirklich einem Kochfilm. Ich habe einfach diese Szene hier, weil ich sie gefilmt habe. Also jetzt kommt sie. Nach einem Musikfilm. Diese Szene habe ich einfach nicht getan, weil ich an einem öffentlichen Klavier gespielt habe. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch und dann sage ich jetzt Tschau. Bis zum nächsten Mal.